Willkommen, willkommen zurück zu Shallow of Mordo mit mir, Peter Wusser von Creek.de und wir stürzen uns in die nächste Aufgabe mit Gollum. Aber wo ist er? Dein Freund ist weder ein Lied oder ein Karpon. Vielleicht ist es du, der seine Leben gefährdet. Lass uns deinen preissten Schatz finden. Okay. 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 These towers were not built by the Dark Lord, but to challenge him. Now only runes, buried in darkness. Ah, das haben wir doch toll gemacht, oder? Begeisterung pur. Sieht ein bisschen aus wie der Rancor von Star Wars. Ein Graug. Ich brauche zumindest 20 Menschen, um sie zu bestellen. Oh, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ah, einen anderen Weg ist zu besiegen, oder einen anderen Weg? Das ist jetzt keinen Spaß, oder? Schraubung für die Chaos-Malte wird uns nur in die Graug'e führen. Oh Gott, Rann. Das Problem ist, das Ding steht ja dann jetzt hinter mir, nicht wahr? Ghouls, warum bin ich nicht überrascht? Ähm, ich bin dagegen, ich bin sowas von dagegen. Necronos, vermen von den Däpfen der Erde. Was er alles gibt. Okay. Alle Wege führen nach Rom. Eine Schmiedezange. Ich dachte schon... Der wird doch nicht ein Ring-Schmied sein. Ne. Du bist doch nicht das Arschloch, der... Ne. Du wirst doch nicht die Ringe in der Macht geschmiedet haben. ...und den einen. Okay, das ist nicht der eine. Only you could accomplish such art. Kelly Brimbo. Kelly Brimbo. Whoa, 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 bro. Greatest smith of the second age. I've heard the stories, but... Ich erinnere meinen Namen jetzt. Ich habe die Geschichte der Mittelmeer. Ich erinnere ihn für die Macht. Ja. Okay. Shadow Strike. Okay. Tap Z. Okay. Ähm. 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 Okay. Ich laufe einfach mal mit euch mit, ja? Ich denke, ihr habt da kein Problem mit. Z ist so eine Taste, die ist zu weit weg für mich, um sie sinnvoll zu treffen. Was ist hier nicht leichter für mich? Wehe, das wird ein Quicktime-Event. Wehe, das wird ein Quicktime-Event. Das ist gut. Aber du möchtest... Wir nehmen die Teile-Event. Wir nehmen uns zu weit weg. Ja. Ja, ja, ja. Und dann wird er uns zu weit weg. Okay, haben wir es ja gerade noch so geschafft. Na, kommen wir den Turm nicht hoch, Kind? Aber mal mächtig rumhüpfen, das können wir wohl, ha? Okay. So, jetzt haben wir alles freigeschaltet. Sie sind nur bei meinen Augen. Maka Spaka, kann ich hier erwähnen? Maka Spaka! Wollen wir mal jemanden erwähnen gehen? Oder gehen wir zu den Outcasts? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ach, wir gehen mal zu den Outcasts. Wir machen mal das. Schauen, ob wir da vielleicht irgendwie was Sinnvolles bei rumbekommen. Worauf schießt die Nase? Keine Ahnung, aber es ist vorbei. Ich glaube, er hat auf Menschen geschossen. Hund. So. Let's get you up. To hide me on, so mein Gott. Ich glaube, ich habe sie auf. Ich glaube, ich bin zurück. Okay. Mit dem Glück, die Uruks haben noch die Geheimnisse der Blastung. Wir brauchen meine Männer, um herauszufinden. Du glaubst, die Blastung kann die Black Hand auswählen? Ich wünsche mir das. Der Krieg ist in der Uruks Hallow, wo viele von meinen Männern sind entschuldigt. Ich wünsche, dass Arryn auch da ist. Ich werde die Uruks behandeln. Vielleicht können wir eine stärkere Beziehung nehmen und sie mit ihren Schmerzen benutzen. Grog. Habt ihr immer von Hethlis gehört? Es ist toxisch und ist gut für eine Sache. Pusenende Orks. Seid mir. Wenn ich in der Zeitung 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 habe, dann würde Arryn um mich zur Gesundheit. Ist sie die Grunde, warum du den Tribesmann erinnert hast? Von den vielen, sie ist meine größte Erinnerung. Es gibt nur so viele Kampen, die meine Wälder zu haben. Glaubst du, dass sie an dieser Stelle sein wird? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe, dass sie für deine Sache ist, Hedron. Okay, jetzt wo ich so hinschauen, sieht das Rennen auch irgendwie seltsam aus. Schleichen sieht okay aus, alles andere sieht extrem komisch aus. Was? Soll ich jetzt da die Kräuter sammeln oder was? Was? Hm, das ist nicht richtig. Ich glaube, das war nicht der Plan. Nein, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot, das ist ein Berserker. Ja. Fuck. Fuck. Du musst deinen Sturz! Du musst... Du musst dich die Kräuter erfassen! Du musst die Kräuter auch wegnehmen, oder? Du musst dich das machen, oder? Du musst dich das machen! Du musst dich zu machen! Ich, du kannst dich das machen! Okay So, dann Suchen wir mal Nach den Päusen, hä? Da Jetzt brauchen wir noch mehr, oder was? Wo hast du diesen Blastung-Powder gekauft? Er verhandelt für ihn Mit einem blusteren Dwarf Wir nahmen seinen Powder und haben ihm unsere Fettbewerbs Sehr fair, wenn du mich fragst Du prüvenst dich, dass du ein starker Lieder Oder ein Deserter Das ist nur, weil ich das hartes Arbeit zu Menschen wie dich Er ist glücklich Meins Eine Weile her, nachdem ich hier Dass sich hier jemanden besiegt hat, hä? Böse sagten mir, wir sollten bereit Zu Udun in ein bisschen Niemand ist überrascht Quatsch Sag doch sowas nicht Das verletzt meine Gefühle Außer halt die Dinge, die ich die ganze Zeit esse Um mich zu heilen Alter Ist jetzt dein Ernst, oder? Baa Warum denn Jetzt plötzlich auf mich, du Mistviecher? Das ist jetzt echt dein Ernst Gehen denen fällt so ein Ding auf den Kopf Und sie riechen was Faszinierend Echt nicht dein Ernst Ich fand es unmöglich, dass Sauron immer wieder zurück Die Schmerz auf Mordor Es wird es unmöglich, dass es nicht zufrieden wird Wenn wir herausfinden, dass wir die Orten nicht kämpfen können Wir haben angefangen, wie Slaven Und wir fangen in ihre Camps, um zufrieden die anderen zufrieden Das ist eine sehr gute Strategie Nicht wirklich Wir müssen uns selbst Wir sind als Slaven Wir sind 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 Als ich die Ausgabe von den Ausgaben wurde, haben sie mir gesagt, dass du die Suchspartei für meine Hände geholt hast. Ich versuchte. Wenn du dich verletzt hast, unsere rangerinnen würde dich töten. Ich kann dich nicht verletzen. Hier. Wir haben fast genug Zutaten für unsere Zielgruppe. Ich freue mich auf die Effekte zu sehen. Alter, das war doch wirklich nicht das, was ich wollte. Geh runter da. Junge. Okay. Haben wir denn noch mehr von dem Unfug? Da ist noch mehr von dem Unfug. Bloß nicht in Wände reinrennen, weil das sieht er direkt als Aufforderung, Parcours-Einlagen hinzulegen. Oh, oh. Spinne, 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 Spinne. Oh. Oh. Wo ist denn da? Hatte ich das hier eben schon aufgesammelt? Wie war das so? Das sollte genug sein. Jetzt, was du tun musst, ist, zu den Orks in ihre Grog. Die Orks haben nicht den Wälder? Nein. Aber wenn sie dich schmerzen, dann glaube ich, dass sie davon trinken werden. Die Uruks sind bei den Frontgängen gelegt. Für die Sache von meinen Männern. Bleib zu den Schäden. Ich werde meine Männer in der Zeit sammeln. Wir stehen bereit, die Blastungspotten zu entdecken, wenn das Camp klar ist. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was ich hier gerade mache, abgesehen davon, dass ich Gift um den Dings reinwerben soll. Schau dir nicht, diese Uruks haben viele Schläge für viel weniger. Okay. Ability unlocked. Poisoned rug. Ähm. Okay. Gehen wir mal gerade die Ausgucke töten. Weiß. Wo sind denn hier diese Fässer? Wo sind denn hier diese Fässer? Wo sind die Fässer? Wobre ich da? Wo sind入 pourtant? Oh, was tust du denn? Das war nicht meine Idee. Okay, hier sind überall Fässer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, beweg dich. Das war eng. Guck, 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 guck. What? Bist du denn völlig wahnsinnig, du Junge? Okay, nehmen wir mal das Fass da drüben, da müssen wir irgendwie halbwegs drankommen. Jawohl. Können wir das jetzt mal lassen mit dem ewigen Rumpacour? Sprengt ihr hier tausendmal über das Zeug drüber, statt es auch nur einmal anständig zu benutzen? Kein Spaß. Haus? Hey, 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 hey. Ah, hast du nicht gewebe, ha Pizza? We can't get from the grave! So we can't get from the back! I don't care. Whatever he was can sort of. Even so, stay on guard. I think something just moved. Ich kann leider nicht zulassen, dass du irgendjemandem über den Toten erzählst, die ihr gerade gefunden hast. Ich finde es toll, dass die Lieder singen. Du können schaffst jetzt von dem Rollen. Die Strafe verletzen sie sich, aber sie versuchen einmal zu меня, gibt es einen Teil der Schraubung zu retten. Das ist eine Ingeniningen. Ihr seid wieder in den Status gekommen. Der Steffi. Der Steffi ist der Fall des Schraubung ist der Fall des Schraubung. Dürfen Sie nicht. ihr könntest zu können. Die Schraubung ist das schwachst, die Schraubung ist das Schraubung! Die Schraubung... Die Schraubung ist der Fall, irgendwo hoch, 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 hoch das war Zufall kommen wir da vorne irgendwo hoch? sind denn hier Orks? angeblich sind die Orks sind die unter der Drücke? alles klar erster Teil erledigt komm komm mit mir komm mit mir komm mit mir es ist mir es ist mir Gott oh 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 okay oh 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 Können trotzdem verticken. Jawohl, bitte. So, was haben wir noch bei Upgrades, Attributes? Können wir wieder was reinpacken? Mehr durch? Ne, ich spar lieber mal noch auf mehr Leben. Okay, dann vielen Dank für's Zuschauen, wenn es gefallen hat. Like da lassen, wenn wir was zu sagen und kommentieren, wenn es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns in jedem Fall beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.